Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ich bin der Jakob und heute zeige ich euch, wo ihr einmal die Woche Goldbarren kaufen könnt für Kronkorken. In meinem Stream auf Twitch wird immer wieder gefragt, wo man das denn machen kann, weil manchen ist das gar nicht bewusst, dass das überhaupt möglich ist. Bevor wir aber loslegen nochmal in eigener Sache. Wenn ihr auch Teil dieses Streams sein wollt, dann guckt vorbei auf Twitch, schreibt Hallo, spielt mit uns mit, ist alles in der Infobox verlinkt. Würde mich sehr freuen, weil das wäre toll, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Über 60% meiner Zuseher haben das nicht. Würde mir sehr helfen. Und nicht vergessen, Kanalmitglied werden. Jetzt guckt mal, wo es Gold zu kaufen gibt und wie das genau funktioniert. Und zwar müsst ihr dafür ins Wayward. Das ist hier im Anfangsgebiet. Logisch, ihr müsst natürlich auch den passenden Fortschritt in der Siedler- bzw. Raider-Quest haben. Beziehungsweise, wie ist das Rotzin? Vielleicht sogar, oder nicht sogar abgeschlossen? Den Fortschrittsstatus kann ich dir jetzt so gar nicht sagen. Aber man muss auf jeden Fall Zugang zum Wayward und zum ersten Stock haben. Genau. Wenn ihr das wisst, welchen, das ist schon bei uns relativ lange aus, wenn ihr das wisst, welchen Quest-Fortschritt man braucht, um Gold zu holen, wäre das toll, wenn ihr das in die Kommentare schreibt. Ich würde das auch dann oben anpinnen, als kleine Information. Also schaut in die Kommentare. Kaufen könnt ihr das dann, wenn ihr es abgeschlossen habt, also viele von euch werden es ja schon abgeschlossen haben, im Wayward. Das ist hier. Da müsst ihr rein. Gucken wir gleich. Und da drinnen gibt es einen jungen Mann, den werden wir ansprechen. Und bei diesem jungen Mann könnt ihr Gold kaufen. Ganz easy, für Kronkorken. Der geht hier hoch, die Treppe, und da sitzt er. Das ist Smiley. Smiley sagt auch schon, man kann nie genug Gold haben. Wenn ihr den anspricht, wenn ihr den anspricht, dann bekommt ihr ein Ich habe ja schon Gold gekauft, aber wenn ihr den anspricht und die Möglichkeit habt und ihr mit dem interagiert, dann kriegt ihr die Möglichkeit, Gold zu kaufen. Gold für bis zu 6.000 Kronkorken. Also das Maximum ist 6.000 Kronkorken. Das resettet sich sieben Tage, nachdem ihr Gold gekauft habt, wieder zurück. Das heißt, ihr könnt alle sieben Tage immer wieder bei Smiley Gold kaufen. Und dieses Gold könnt ihr dann wiederum bei Minerva und anderen Gold-Händlern einsetzen. Das ist der ganze Bums. Da könnt ihr Gold holen bei dem jungen Mann. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr im Stream vorbeischaut, wenn ihr ein Abo da lasst, ist unten alles verlinkt. Und das passende Kommentar ist auch angepinnt. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal, im nächsten Video, im nächsten Stream oder in Appalacia. Tschüss. Servus. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Gefällt mir da. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr gerne im nächsten Video sehen würdet. Und abonniert gerne diesen Kanal. Über 70% meiner Zuseher haben das nicht gemacht. Ihr würdet mich und diesen Kanal wirklich sehr unterstützen. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Komm, du kriegst auch einen Snack. Onkel Vulkan hat gesagt. Oh Gott, Nala, habt ihr das gesehen?